We gather stones, never knowing what they'll mean. Hey, Lily. Übernimmst du die Ehre? Nein, mach du das. Ich will das von hier aus erleben. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Okay. Oh mein Gott. Das ist mein Bruder Ryle. Der erste offizielle Kunde? Du musst schon was kaufen, um als Kunde zu gelten. Momentan lohmerst du nur rum. Wir haben alle eine Vorstellung davon, was Liebe sein kann. Ich will dich wiedersehen. Du siehst mich jetzt? Du weißt, was ich meine. Diese besondere Verbindung, die man spürt. Beim ersten Kuss. Hey, was hast du? Und 15 Sekunden. Mehr braucht es nicht. Um alles komplett. Zu verändern. Es tut mir so leid. Atlas. Lily Bloom. Es ist schon eine Weile her. Ja. Was machst du in Boston? Ich habe meinen Blumenladen eröffnet. Ich denke immer noch an den Tag, als ich dich am Fenster sah. Ja, wir waren damals noch sehr jung. Ist das, ähm, ist das dein Freund? Ja, das ist, ähm, das ist Ryle. Was ist passiert? Du bist gestolpert. Liebst du sie immer noch? Ich liebe dich. Das war nicht meine Frage. Wenn du eines Tages eine Tochter hättest, was würdest du ihr sagen, wenn sie dir erzählt, dass der Mann, den sie liebt, ihr wehtut? Was würdest du ihr sagen? Nichts davon ist deine Schuld. So schwer die Entscheidung auch fällt, entweder durchbrechen wir dieses Muster oder das Muster bricht uns.